Hey, das Ding ist stuck! Wo ist es? Das sieht aber nett aus. Es scheint, dass es den falschen Effekt hat. Was sagst du? Es zieht die Monster an uns. Hier kommen sie! Der gefällt mir vom Ausschauen her. Achtung, ich schmeiß gleich mal einen Erkenn-Nomaten. Also, 13.000... Puh, dann sollte ich jetzt vielleicht doch eine gescheite Waffe anziehen. Warum hat der jetzt schon wieder keine TP mehr? Der hat doch noch gar nichts gemacht. Warum hat der jetzt schon TP verbraucht? Da läuft gerade irgendwas. Blabla-Kreuz. Ah, okay, der macht gerade was. Und es kostet 30 TP. Okay. Schwäche, Licht. Die Eude macht nichts, aber... Das gehen wir nicht nutzen. Okay, passt, oder? Genau, auf Ausrüstung, wenn du es wechseln möchtest. Und dann gibst du dir das, was vermerkst du. Captain for a Ghost Ship? He doesn't seem like the other monsters. So, he's a real life ghost? I love you. Hey! Alter, lass die Eude hier drauf. Was ist jetzt passiert? Hä? Aber du hast ihn vielleicht von hinten... Du hast ihn vielleicht aus der Balance verloren. Das kann die geheime Mission sein. Jeder Bossfighter hat immer so eine geheime Mission, die wir machen. Du hast ihn vielleicht aus. Außer Hunde-Stone. Ah, weil du Objektwerfern den fertig klären darfst. Und die Waffen in der Hand darfst. Und die Waffen in der Hand. Wartig, wir leben jetzt mal wieder. Warte, wir leben jetzt mal wieder. Warte, wir leben jetzt mal wieder. Warte. Ich gebe dir da mal was, damit die nicht verleckt, okay? Oder? Ich konnte irgendwie nicht. Ich konnte sie nicht. Da kann ich ja mehr. Warte. Ich geb ihr da mal... Wenn er das immer genau so richtig Zeit macht. Warte. Oh, will you? Heißt du? Warte. Na, Hint. Kuck ihn. Warte. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Ich werde. Hast du. Wasst du zu? Ich werde. Ich werde. Ich glaube, ich kann es nicht mehr aufhören. Das ist ein Tausendbump. Ja, Olli hat mich überlebt. Ich denke, das passt, oder?